So, weiter geht's. Die Zerstörung von Oliver Pocher. Ein Video von TJ. Schauen wir rein. Puh. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Eigentlich wollte ich so ein Comedy-Aufarbeitungsvideo über Pocher machen, 1,5 Gags kicken, 1,5 Sachen zeigen, die vielleicht ein bisschen drüber sind. Nichts wild ist einfach so ein kleines Unterhaltungsvideo. Beim Recherchieren der Clips war ich dann aber das Öftere, ich sag mal, verwirrt und wusste auch sehr schnell, yo, dit wird hier kein lustiges Video mehr. Denn heute geht's um unfassbar ekelhaftes Mobbing. Es geht um Sexismus, psychische Gewalt gegen Frauen und komplettes Fertigmachen von Einzelpersonen. Es geht um Hass, die absurdeste Doppelmoral, die ich jemals gesehen habe, Gerichtsprozesse und auch Gerichtsurteile. Doxen von Privatinformationen und einem Geschäft, welches so ekelhaft ist, dass es bis zum Suizid der Geschädigten führen kann. Heute geht's um den Fall, Oliver Pocher. Was war das für ein schlimmer Remix, das dieses Sample von Manson hat, war überhaupt gar nicht richtig auf den Takt von diesen Drums gelegt. Alter, da bluten mir ja meine Musikerohren, Alter, was war das? Aber erstmal vorne an, für die, die nicht wissen, wer Oliver Pocher ist. Erstmals in der Öffentlichkeit war Pocher in den späten 90ern bei dem TV-Casting, bis er dann in den 2000ern eine eigene Fernsendung auf Viva bekommen hat, ist dann zu ProSieben gewechselt und fiel schon damals durch so eine sehr provokante Art auf. Und auch damals hatte er schon Kontroversen wegen solcher Clips hier. Mein Lieber, du musst ein bisschen netter zu mir sein. I'm really nice, was heißt Presswurst auf Englisch? Der bespuckt sich immer. Yeah, we're gonna to dance, we wait for niggas in Vienna. In den gar nicht bemerkt angeschlichen, was soll das denn? Sei froh, dass ich dir nicht mal den P***s durchs Gesicht gezogen habe. Ähm, ich bin 16 geworden. Hast du schon mal einen Fünfer gehabt? Ich bin erst 13. Verstehst du mich? Ja. Natürlich. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Ähm, aus dem asiatischen Teil Deutschlands. Was für ein ekelhafter, was für ein ekelhafter Sohn. Boah, ich höre, da geht direkt mein Puls hoch. Damals hat er dafür schon teilweise aus dem Sack bekommen. Harald Schmidt hat mal das hier über Pocher rausgelassen. Was ganz Besonderes, das ist mein Fassensekret. Vielen Dank. Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fassensekret überreicht, kriegt, erst mal so kleines mit Hut und dann einem ausländischen Gast so reinsemmelt, der kann Deutsch verstehen. Das ist uncool. Ich verstehe nicht. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Und jetzt, 15 Jahre später, klären wir die Frage. Das war auf jeden Fall ein wirklicher Glanzmoment des deutschen Fernsehens, als Harald Schmidt Oliver Pocher kurz mal zum Hund gemacht hat. Das war richtig geil, wirklich. Das muss man Harald Schmidt wirklich lassen. Da hat er kurz mal ein Machtwort gesprochen. Hat Pocher es finally verstanden? Und Spoiler, Antwort steht hier. Pocher hat vor dreieinhalb Jahren ein Format namens Bildschirmkontrolle ins Leben gerufen, welches in der Corona-Zeit entstanden ist, um vor allem Influencerinnen zurechtzuweisen, zu kritisieren und darum geht es hier eben auch sehr viel im Video, psychisch fertig zu machen. Heute knallt es richtig. Ja, Anne wünsche es geht um dich und danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Das Format hatte eine kleine Pause, ist jetzt aber wieder zurückgekommen, weil, wie es ein paar von euch vielleicht mitbekommen haben, einem trägt Pocher gerade die peinlichste Influencer-Trennung aus, die ich jemals gesehen habe. Also er und seine Frau Amira haben sich getrennt und was das Erste, was er gemacht hat nach der Trennung, erstmal bei RTL, in dem Stadio-Interview, fett über sie ablästern. Ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife. Beste, so geht man mit einer Trennung rum. Aber Real Talk, ich habe noch keine Influencer-Trennung gesehen, die so peinlich ist wie dies. Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich, die meisten Influencer-Trennungen sind peinlich. Ich finde, eine Trennung öffentlich auszutragen ist peinlich. Es kann nur peinlich sein, weil bei einer Trennung sagt man oft Sachen, die man dann kurze Zeit später bereut. Deswegen, ich kann euch auch nur empfehlen, wenn Paare in eurem Freundeskreis sich trennen, seid immer vorsichtig. Wenn ihr mit beiden Partnern gut seid, dann versucht natürlich verständnisvoll zu sein. Und wenn etwas eindeutig klar ist, dann klar, dann kann man auch mal einschreiten und sagen, hey, das ist nicht okay, was du ihr gegenüber getan hast. Oder hey, das ist nicht okay, was du ihm gegenüber getan hast. Aber wenn es gerade um so Zickereien geht, so er hat das gesagt und sie hat das gesagt und er hat das gemacht. Und es ist schwierig, so Paare, die sich trennen, sagen aus der Wut heraus oft dann Sachen, wo sie dann so später merken, ja, okay, ich habe schon ein bisschen übertrieben. Und die zwei Partner, die sich trennen, die können sich später immer noch wieder vertragen und es zurücknehmen. Aber der Freundeskreis, der drumherum war und sich dann da einmischt und auf eine Seite positioniert, das wird dann manchmal ein bisschen schwierig. Ja, dann bist du oft der Dumme. Deswegen sollte man da echt vorsichtig sein. Und deswegen eine Trennung öffentlich auszutragen, boah, richtig schlimm. Klar, manchmal führt kein Weg drumherum, einfach weil der eine von beiden oder die eine von beiden das halt erzwingt. Aber wenn man das vermeiden kann, sollte man das wirklich vermeiden. Naja, aber weiter ging es damit, dass Poch an den Typen, der Amira jetzt mutmaßlich wegscheppert, erstmal auf Instagram parodiert. Mein Name ist Dalai Kama und ich bin eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Und er bekommt auch so eine Bildschirmkontrolle von Olli ab. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Ich muss ganz kurz Sport machen, ich will fit bleiben, damit ich auch körperlich euch ein bisschen hier was präsentieren kann. Besser, denn die Kraft kommt aus dem Hintern. Wo habe ich das gelernt? Natürlich nur bei ihm. Hier ist er, Bion Kaki Kaku. Digga, ist das scheiße. Naja, so ist auf jeden Fall das Format der Bildschirmkontrolle aufgebaut. Bisschen wie Reaction Videos für Boomer und verzweifelte User. Olli sagt übrigens selber, dass das Format eine Form der Kontrolle sein soll. Warum gucken die sich das an? Das ist Mobbing. Nee, das ist einfach nur eine gewisse Form der Kontrolle, die ich da ausübe. Lass uns jetzt aber erstmal gucken, nach welchen Kriterien dort Olli kontrolliert und auch kritisiert. Weil an sich ist Kritik ja was Gutes so, ne? I mean, best case, lernst du was draus und dann wickelt sich halt eben weiter. Das erste, nachdem Olli kritisiert ist, wenn eine Influencerin ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht wird. Weil jeder Mensch hat ja eine Vorbildfunktion. Und wenn man halt eben nicht nach dieser Funktion handelt, dann kommt Olli vorbei. Ihr rafft es einfach nicht. Es geht einfach darum, dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Okay, schreiben wir auf. Punkt 1. Influencer wie du und ich, Olli, haben eine Vorbildfunktion. Ist eingeloggt. Um was geht es noch? Olli kritisiert Influencer, denen nicht bewusst ist, dass sie für ihre Follower verantwortlich sind. In der Corona-Zeit hat eine Influencerin dieses Bild hier gepostet. Und ja, es ist typisch eine White-Girl-Instagram-Tit. Muss man nicht mögen. Und sie hat auch eben Bilder von Followern repostet, die auch irgendwie so Bilder im Schnee gemacht haben. Aber das ist nicht okay, weil das könnt ihr ihre Follower dazu verleiten, dass sie jetzt in Skigebiete fahren, wenn man so Bilder postet. Weil sie ist ja im Schnee und in Skigebieten ist auch Schnee. Und Skigebiete waren zu überlaufen in der Corona-Zeit. Und deswegen ist es nicht okay. Ah, das wäre geil. Es wäre schöner, wenn du dir anderes wöchentlich einführen würdest. Aber die Polizei hat doch gesagt, bitte nicht in die Skigebiete, bitte nicht, wenn irgendwo Schnee ist, bitte nicht machen. Und das ist das Hohlfrittige, was ich nicht verstehe. Einfach sich mal und sein Egoismus hinten anstellen und seine Follower und einfach, wenn man kein Content zu erzählen hat, einfach mal die Fresse halten. Es ist doch nicht so schlimm. Aber okay, schreiben wir auf. Influencer sind für ihre Follower verantwortlich. Check. Was Oli Briggs auch nicht mochte, ist, wenn man sich in der Corona-Zeit mit wem getroffen hat. Wo sollen wir momentan nicht hingehen? Wie viel Meter sollen wir Abstand halten? Anderthalb Meter. Wo ist Jenny Frankhauser vor vier Stunden? Beim Friseur! Beim Friseur! Du bist so eine Hohlbirne, wirklich. Okay, in der Corona-Zeit sich mit dem Friseur treffen, nicht okay. Top. Packen wir auf der Liste. Manchmal war es bei Oli aber auch komplett random, wann er jemanden fertig machen will. Dazu hat Maestro übrigens einen sehr guten Part schon mal gemacht. Und ich hätte da halt nichts hinzuzufügen, deswegen blende ich den jetzt einfach mal ganz kurz ein. Als kleines Beispiel. Als die Flut Deutschland erwischt... Alter! Guck mal, wie anders Maestro da aussah. Also das ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber ich finde, der Look hat ihm besser gestanden. Das ist jetzt so unproportional. Und viele Haushalte unter Wasser gestanden haben, haben einige Influencer Spendenlinks in ihre Storys gepostet. Was ja erstmal was Schönes ist. Jetzt hat Oliver Pocha sich wirklich daran gestört, dass diese Menschen, nachdem sie den Spendenlink gepostet haben, ihren Tag weiter ganz normal verbracht haben. Und dann auch Sachen in die Story gepostet haben. Teilweise sogar am nächsten Tag. Wir gucken es uns an. Die gute Sarah Harrison. Erst natürlich der Spendenaufruf, dann Gute Nacht Leute und danach geht's Leben wieder. Guten Morgen! Weiter, als wenn nichts passiert wäre. Okay, schreiben wir auf. Kritik ist okay, wenn man Spendenlinks zu gemeinnützigen Organisationen in die Story packt. Und sich danach nicht schämt, wenn das Leben normal weitergeht. Freunde, ist natürlich Joke. Hier fing halt erwacht das Random Bashing an. Was übrigens mit den Profilen der Frauen und mit den Frauen passiert, wenn sie von einem Millionenpublikum von Olli gebashed werden, zeige ich euch noch später im Video. Aber okay, hätten wir geklärt. Nach diesen Kriterien hier kritisiert Oliver Pocher Influencerin. Was jetzt aber sehr interessant ist, ist, dass diese Kriterien hier zwar für Influencerin gelten, aber nicht für Olli. Und jetzt viel Spaß mit der absoluten Doppelmoral. Das ist tatsächlich so. Ich muss sagen, in der Pandemie habe ich auch immer wieder diese Reels von Oliver Pocher angeschaut, diese Bildschirmkontrollen. Und er hatte auf jeden Fall regelmäßig berechtigte Kritikpunkte. Nur, ich habe aufgehört, mir das reinzuziehen, als ich dann gemerkt habe, dass er sich selber einen Scheiß an diese Sachen hält. Dass er bei irgendeinem Konzert oder bei irgendeinem Live-Show von sich dann irgendwie in die Crowd reinlaufen wollte. Und das wurde ihm aber nicht erlaubt. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Und dann war die Polizei da. Und dann haben sie ihn da abführen müssen, weil er so ein peinliches Theater gemacht hat. Und da hat man direkt gesehen, dass er einfach ein absoluter Doppelmoralist ist. Dass er einfach gerne so die Polizei gespielt hat bei anderen, aber bei sich selbst diese Maßstäbe nicht eingehalten hat. Und dann war das für mich auch schon wieder... Ich meine, er war mir immer unsympathisch. Von Anfang an, ich fand ihn auch nie witzig. Von Anfang an fand ich seinen Humor null witzig. Nur für eine kurze Phase in der Pandemie fand ich manche von seinen Kritik-Videos an Influencern gut. Weil er mit einigen Punkten recht hatte. Aber das war so schnell wieder vorbei, als ich gemerkt habe, dass er selber einen Vollfick darauf gibt, dass ich mir das danach auch wieder nicht mehr reingezogen habe. Weiter geht's. ... die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Genau, das meinte ich. Ich hab mich ja gerade gezeigt, dass Oliver findet, dass Influencer eine Vorbildfunktion haben. Ja, aber scheinbar gilt die nur für YouTuber wie mich, Podcaste wie Reese und Jew, TikToker wie Georgia oder Streamer wie Papa Platte. Aber ganz bestimmt nicht für Oliver Pocher. Weil... Ist halt so. Also ich finde, das ist auch so total lächerlich, dieses so, ja, du bist in der Öffentlichkeit, du hast auch eine Vorbildfunktion. Wer sagt das? Okay, das könnte tatsächlich das erste Mal sein, dass ich slightly was lustig von Oli finde. Weil, ähm, Oli, das hast du gerade doch selber von dir gegeben. Es geht einfach darum, dass ihr eine Vorbildfunktion habt. Gut, es ist einfach gut. Aber okay, schreiben wir auf. Einlich. Vorbildfunktion gilt für Influencer, aber ganz bestimmt nicht für Oliver Pocher. Weil er ist ja bestimmt auch kein Influencer, ne? Hm. Einlich. Weiter geht's mit dem Punkt, dass Oli ja meinte, dass Influencer für ihre Follower können, dass sie für sie verantwortlich sind. Dazu hat der Oli übrigens auch wieder einen sehr interessanten Take beim 13-Fragen-Video. Ich seh's, äh, komplett gar nicht so, weil ich kann halt einfach nicht für zwei Millionen Leute, äh, verantworten, was die schreiben, was die sagen, was die machen. Und ich bin nicht verantwortlich für Spinner da draußen, die irgendwelche Leute beschimpfen. Dann kriegen halt mal ein paar Leute, ein paar doofe Nachrichten. Das tut mir leid, ist nicht meine Aufgabe. Aha, also Influencer sind für ihre Follower verantwortlich, aber Oli ist für seine damaligen und zwei Millionen Follower nicht verantwortlich. Okay. Ha. Bezüglich Verantwortung ist Oli übrigens auch nicht dafür verantwortlich, wenn Leute durch seine Videos psychische Schäden erleiden. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so fertig machen wollte, dass er psychisch, äh, ähm, irgendwie kaputt ist. Aber ich kann's auch teilweise nicht verhindern. Was? Also, er weiß, dass Leute durch seine Inhalte psychische Schäden erleiden, dass sie psychische Probleme durch ihn bekommen. Oh mein Gott. Er ist einfach auch einer, der psychisch sagt. Gott, warum? Warum sagen Leute zu psychisch psychisch? Da ist ein P S Y kein Z Woher kommt dieses psychisch, Mann? Psychisch! Boah. Woher kommt diese psychisch Pandemie? Epidemie? Psychisch. Mein Gott. Und er sagt trotzdem, ja, nö, Likes und Abos sind mir wichtiger. Dicker, was? Letzter Punkt der Doppelmoral von Oli ist übrigens sein Umgang mit der Corona-Politik. Weil, wie gerade gezeigt, hetzt er schon gegen Influencer, wenn sie zum Friseur gehen? Ja, aber... Nee, er hat nicht gegen die gehetzt, er hat es zu Recht kritisiert, TJ. Das war einfach Bullshit, dass sie das gemacht haben. Es war einfach Bullshit, dass Influencer dachten, dass sie irgendwie eine übergeordnete Rolle haben und während andere sich an Kontaktbeschränkungen und Lockdowns gehalten haben, die sich dann privat mit Friseuren getroffen haben, obwohl das nicht erlaubt war. Das hat nichts mit Hetze zu tun, das war eine berechtigte Kritik, das war einfach scheiße, dass sie das gemacht haben, weil die halt eben eine Vorbildfunktion haben. Aber das haben doch auch normale Menschen gemacht, einfach privat Friseur angerufen. Ja, ich weiß, aber es war trotzdem nicht erlaubt. Und wenn es Privatpersonen gemacht haben, war es auch nicht erlaubt, nur dann haben die es halt wenigstens für sich gemacht, aber ein Influencer, der tausende Follower hat, der beeinflusst auch noch die Follower. Ganz einfach. Emilio Pocher darf ein bisschen mehr. Seht selbst. Ja, das sind acht Frauen aus acht verschiedenen Haushalten, die feiern den 40. Geburtstag von Motsima Buse. Erstmal ganz kurz, was das für eine Psychose da? Also Elton zeigt auf seinem iPad Psychose. Was die Frau von Oliver Pocher gemacht hat. Und daraufhin zeigt Oliver Pocher auf seinem iPad Elton, der auf seinem iPad zeigt, was die Frau von Oliver Pocher gemacht hat und geht dann darauf ein. Was? Naja, Bro. Das, wenn du Re, 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 Reaction hast, dann sitzen da halt keine älteren Leute, die iPads hochhalten müssen, sondern dann sind eben mehrere Reaction-Fans da, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Wir kommen im Jahr 2023. Das wird immer mehr werden. Das ist halt einfach heutzutage so. Das Einzige, was daran noch rustikal ist, ist, dass die halt iPads hochhalten. Muss ich meine Videos auch so weitermachen oder was? Aber innerlich geht es auf jeden Fall darum, dass Olli ja schon gemeckert hat, wenn eine Influencerin sich nur mit dem Friseur getroffen hat. Nur trifft sich seine Frau hier ja mit sieben weiteren Frauen. Da müsste Olli ja jetzt genauso ausrasten, oder? Oder? Was man den Mädels vorwerfen kann, ja, sie haben in diesem Moment nicht eine Maske auf und nicht immer anderthalb Meter Abstand. Okay. Okay, okay. Das kann man gut oder schlecht finden. Ja, perfekt. Influencer mit Pocher als Nachnamen dürfen sich mit acht Leuten treffen. Influencer ohne Pocher als Nachnamen. Ja, Oliver Pocher ist halt einfach ein Schmuck. Nicht mal mit dem Friseur. Ja, perfekt, Digga. Was übrigens absoluter Kindergarten ist, Elton kritisiert ja ganz sachlich so, hey, warum zeigt ihr, dass ich mich mit acht Leuten treffe? Warum macht ihr das so? Und anstatt, dass Pocher einfach ganz normal drauf eingeht, so ja, okay, könnte man vielleicht nicht zeigen, dies, das wäre vielleicht ein Fehler, schießt Pocher einfach instant gegen Elton zurück. Wie du zum Beispiel mit diesen Fotos dann umgehst oder auch das hier. Was ist denn hier los? Sag mal, Abstand gibt es das nicht mehr? Nicht so kleinlich sein, nicht auf alles achten. Dazu lassen wir unseren Freund Elton in Ruhe. Er ist vielleicht nicht der beste Moderator, aber er ist sehr nett. Elton, wirklich ein Arzt. Also ich finde, Elton ist ein guter Moderator. Und was ist das eigentlich für eine geisteskranke Doppelmoral? Manchmal ist es nicht okay, einen Spendling für eine NGO in die Story zu posten und manchmal sagt Pocher so, ja, bei mir nicht so kleinlich sein, bitte. Also ich habe was? Ey, bei der Corona-Politik hatte Oliver wirklich die größte Doppelmoral, die man sich nur vorstellen kann. Bei anderen war er ja wirklich so unfassbar klein. Ich hatte auch wirklich gesagt so, ey, ihr haltet euch nicht an die Corona-Richtlinien, ich mache euch fertig. Also hier nochmal für das Gedächtnis ein, zwei Clips. Ich mache euch alle tot. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich es. Ich werde sie wirklich alle ankacken. Aber wie gesagt, wenn du den Namen Pocher trägst, darfst du scheinbar mehr. So hatte er zum Beispiel in der Corona-Zeit einen Gastauftritt bei einem Pietro Lombardi-Konzert und hat sich dort halt eben nicht an die Corona-Verordnung gehalten. Der Veranstalter wollte darauf von seinem Hausrecht Gebrauch machen und wollte Oliver rausschmeißen. Aber was der Veranstalter und auch die Polizei nicht wussten, Oliver heißt ja Pocher mit Nachnamen und Pochers dürfen halt mehr. Und deswegen hat sich Oliver so extrem peinlich hier gegen die Polizei gewehrt. Das funktioniert so nicht. Was funktioniert denn so nicht? Dass man auf Polen geht, wenn es die Ansage geht. Das geht nicht. Weil ich kann ja als Gast auftreten, wann und hier, wie ich will. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Nein. Doch kann ich. Wollen wir das jetzt weiterführen? Ja, können Sie gerne noch weiterführen. Ich möchte gerne mein Hausrecht durchsetzen und möchte gerne, dass der Vorher jetzt das Gelände verletzt. Nee. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Ja. Das kann ich gerne sehen. Und jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal noch mal einen Schafel machen. Du bleibst jetzt einfach mal entspannt. Nein. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Das machen wir doch gerade. Doch, er hält mich hier fest. Digga, ist das scheiße. So, ich glaube, ich habe jetzt ganz kurz die Doppelmoral. Das war so peinlich, Mann. Boah. Das war so peinlich. Da fehlt doch noch voll viel. Das ist so ein, du weißt gar nicht, wer ich bin. Ja. Aber das reicht ehrlich gesagt schon aus. Oliver Pocher wollte da unbedingt cool in die Crowd reinlaufen und der Veranstalter wollte das halt einfach nicht. Wegen der Auflagen und weil er keinen Bock hatte, dass seine Veranstaltung abgebrochen wird. Und dann hat Oliver Pocher sich da so aufgespielt, anstatt einfach zu gehen. Boah, das war so peinlich. Das war richtig unangenehm. Von Oli beschreiben können. Gebt natürlich noch mehr Punkte, aber dann werdet hier alles ein bisschen zu lang. Aber irgendwie könnte man über diese Doppelmoral ja noch irgendwie hinwegsehen, drüber lachen und es einfach funny finden. Über den nächsten Part lacht aber, glaube ich, niemand mehr. Denn ab jetzt geht es ums komplette psychische Fertigmachen. Bei dem man sogar so weit geht, dass man für eine noch größere Story, für noch mehr Likes bereit ist, komplett private Dinge zu leaken, die niemandem was angehen. Nennt man übrigens Doxing. Wie sich das Opfer dabei fühlt, dass es psychische Scherden erleiden könnte, ja juckt. Ach und Triggerwarnung, ab jetzt geht es unter anderem auch um Gewalt gegen Frauen. Falls eine Influencerin sich umbringt, ist Oli Pocher schuld und seine ganzen Kumpels. Pocher hat ja bei 13 Fragen betont, dass er niemanden Fertigmachen will. Es gibt niemanden von dieser Bildschirmkontrolle, den ich persönlich so Fertigmachen wollte. Gut, dafür betont er in der Bildschirmkontrolle zwar sehr oft, wie sehr er es liebt, Leute komplett Fertigmachen. Ist das hier alles kein Mobbing? Und das Gesicht haben wir noch nicht mal gesehen von dir. Die aber auch schon mit 22 aussieht, als wenn sie einen Autounfall hatte und ein Airbag im Gesicht hängen geblieben wäre. Jessica Paschka, unsere Ex-Bums-Betscherette. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Ey, ganz kurz, wie kann eigentlich ein Typ, der irgendwas zwischen, keine Ahnung, 13 und 60 ist, eigentlich so peinlich sein? Ich check's nicht. Ich glaube, Oliver Pocher, dass er anfangs nur probiert hat, Influencer normal zu kritisieren. I mean, da ist auch eine Menge kritikwürdig, keine Ahnung. Die Mütter, die andauernd ihre Kinder vor die Kamera halten und sowas, da kann man gut und gerne was zu sagen, so ist es nicht. Aber ich habe sehr stark das Gefühl, dass Olli für die noch größere Story, für noch mehr Likes, für noch mehr Abos, für noch mehr Reichweite irgendwann versucht hat, die Storys selber immer größer zu machen, immer mehr aufzubauschen und hat dann für die immer größere Schlagzeile sich halt eben Mitteln bedient, die nicht mehr okay sind. So hatte Olli zum Beispiel mal Beef mit der Influencerin, die müssen wir nicht überreden, auch scheiße geworden, keine Frage. Aber anstatt, dass Olli dann weiterhin die normalen Gags postet, hat er sie ohne Freundin einfach komplett weggedokst. Und für die Leute, die nicht wissen, was Doxing ist, Doxing ist das internetbasierte Zusammentragen und anschließende Veröffentlichen von personenbezogene Daten, typischerweise mit bösartigen Absichten gegenüber den Betroffenen. Die Gründe für das Doxing können unterschiedlicher Natur sein, darunter etwa Selbstjustiz, öffentliches Bloßstellen oder Belästigung. Personen, die vom Doxing betroffen sind, sind oft Folgeattacken ausgesetzt, basierend auf den veröffentlichen Daten. Und genau das hat Olli gemacht. Natürlich gibt es hierzu keine Videos mehr online, alles gelöscht. Aber es gibt noch eine Menge Artikel darüber. Und zwar hat Olli von einem fucking Millionenpublikum zwei Frauen gedoxt. Von einer hat er die Vergangenheit als Sexworkerin geleakt und von einer anderen hat ein Video gezeigt, wo sie fast nackt zu sehen war. Dinge, die vor ihrer Karriere passiert sind. Dinge, mit denen sie komplett abgeschlossen haben. Dinge, die absolut nichts mit Kritik oder sonst was zu tun haben. Dinge, bei denen die Frauen nicht wollten, dass sie in der Öffentlichkeit sind. Und wisst ihr, was direkt nach dem Doxing passiert ist? Olli hat einfach eine vierteilige Late-Night-Show bei RTL bekommen, wo er mit genau demselben Scheiß weitermachen durfte. Ja, ganz einfach. Weil Oliver Pocher in der Pandemie, als er diese Bildschirmkontrollen, glaube ich, eher so aus Spaß gemacht hat, hat er plötzlich gemerkt, was für krassen Zuspruche er dafür bekommt. Wie krass das geklickt wird. Seine Follower sind explosionsartig hochgegangen. Und basierend auf diesen Follower-Zahlen und Views-Zahlen hat er dann einfach eine Sendung bekommen. Das ist ja das Einzige, was eine Rolle spielt. Deine Reichweite. Die Aktivistin Huschke Mauer, die beim Antilopen-Diss-Track gegen Oliver Pocher am Ende ein paar Sekunden Screentime bekommen hat, schrieb dazu übrigens folgendes. Dir wurde Mobbing vorgeworfen. Ich gehe einen Schritt weiter und sage dir, das, was du tust, ist Gewalt gegen Frauen. Und das komplett abgefuckte ist jetzt, dass Olli halt eben einfach nicht einsieht, dass er mit dem ganzen Scheiß zu weit geht. Wenn eine Frau zum Beispiel sagt, ey, das ist mir zu viel, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, bitte, das belastet mich psychisch so krass, bitte hör auf, wie hier jetzt im Clip. Ich weiß nicht, ob von euch einer das Gefühl kennt, wenn man von einer Person gemobbt wird, für etwas, was ich niemals getan habe, nie. Das, was dieser Mensch gerade mit mir macht, ist unter der Gürtellinie, ich muss euch sagen, dass es unheimlich wehtut. Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe. Es geht einfach zu weit. Ja, und was passiert dann? Dann sagt Olli einfach so, ja, nö, glaube ich dir nicht, du bist ja nur eine Schauspielerin. Und ich nehme dir auch deine Tränen nicht wirklich ab, weil am Ende des Tages bist du eine Schauspielerin. Zwar keine gute, aber du bist irgendwie ja auch Schauspielerin. Ist einfach ekelhaft. Oliver Pocher ist halt einfach ein eiskalter Opportunist. so doppelte Standards, Widersprüchlichkeit, volles Programm. Nur, dass er auch noch Mainstream ist und nicht in irgendeiner Bubble, weil er generell in Deutschland eine bekannte Persönlichkeit ist, unabhängig von irgendeiner konkreten Bubble. Tatsächlich. Ja, cool. Übrigens ganz kurz, damit ihr versteht, was man für Kommentare abbekommt, wenn man halt eben die Kommissarsektion offen lässt. In der Kommentarsektion der Frauen, die von Oliver irgendwie gebasht wurden, stehen Kommentare drin wie, dich nennt man umgangssprachlich auch Schlampe, außer Hautzeigen und Schlagzeigen kannst du nichts, irgendwas mit Hupso vielleicht, keine Ahnung, Fotze, wie Nuppig. Und das sind nur die Kommentare, die nicht automatisiert gesperrt sind oder schon gelöscht worden sind. Bei den mutmaßlich neuen Typen von Amira sind übrigens alle Beiträge limitiert, heißt dort kann niemand mehr was kommentieren, der wahrscheinlich nicht schon länger Follower ist, weil sonst die Kommentarsektion wahrscheinlich komplett voll mit Beleidigungen und Bedrohungen wäre. Und was die DMs der Damen angeht, will ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht wissen, was da alles so abgeht. Eine andere Frau, die sich nur mit den Opfern von Oliver solidarisiert hat, hat übrigens auch mal ein paar Kommentare gescreenshort, die sie bekommen hat und da hieß es dann auch ganz schnell, du Minute, verpiss dich bitte ganz weit weg, du fettes Monster, keine Solidarität für Kuchen, du like Bitch, du wirst dein nächstes Opfer, Buschke, mach mal die Erde und lösch dich, bestes Beispiel als Hühnerschlausen, als Frauen, geh zurück in die Küche, du verklemmte alte Hexe, Crackhead. Und sie hat sich nur für die Frauen eingesetzt und dann kam schon das daraus. Und auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man das nicht ertragen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und das absolut krass ist, so ein Umgang von Olli ist halt eben nichts Neues. Und ja, ich weiß, ich grabe jetzt hier was Altes aus, aber es zeigt einfach perfekt, wie Olli einfach tickt. 2005 hat sich Olli über das Aussehen einer Frau lustig gemacht und ihr doch mal geraten, dass sie mal dringend eine Schönheitsoperation machen sollte. Ja, cool, haha, fanden die solche Jokes vor Hunderttausenden zu kicken, fand die Trauer übrigens nicht so geil und hat Olli daraufhin angezeigt. Und das Gericht hat ihm auch eine Strafe von 6000 Euro aufgebrummt. Aber anstatt sich einfach zu entschuldigen und zu sagen, so ey, ja okay, war ein dummer Gag, war drüber, tut mir leid, macht Olli was anderes. Und zwar hat er sich Jahre später weiterhin über das Gerichtsurteil und auch weiterhin über das Aussehen der Frau lustig gemacht, die dann Jahre später immer und immer wieder darauf angesprochen wurde, was ihr euch vorstellen könnt, nicht so eine geile Sache für sie war. Aber alles für das Lachen des dummen Mannes, ne? Und sowas zieht sich halt eben durch bei ihm und er leugnet ja oftmals nicht mal, dass er ein ekelhafter Mobber war. Oder ist. Bei dem Interview spricht er zum Beispiel ganz stolz darüber, was er damals für ein krasser Schulmobber war und wie sehr es ihm Spaß gemacht hat, andere psychisch fertig zu machen. Und das war schon vor der Schule so und dann mit der Schule hat man ja ein Zwangspublikum von 20 bis 25 Leuten in der Klasse und da habe ich auch schon immer mein Ding gemacht. Und dann gab es auch immer Leute, die es erwischt hat aus der Klasse. Wenn du dann halt über den Dicken, den Stinkenden oder den, der irgendeine Angriffsfläche, den Doofen, dich lustig machst, gab es dann immer auch die Angriffsfläche. Der fand das natürlich dann auch doof und die anderen 20 haben halt gelacht. Das ist so ungefähr meine Strategie gewesen. Ja, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Also in dem Fall von diesem Mädchen, ja, da ging das definitiv zu weit und auch Ollis Reaktion darauf war natürlich völlig empathielos. Aber wenn eine Person öffentlich ist und Sachen macht, die verantwortungslos sind, so wie halt zum Beispiel mit schlechtem Vorbild voranzugehen während einer Pandemie oder sonst irgendwas, dann kann man das schon kritisieren, auch wenn es eine Mutter ist. Nur weil sie eine Mutter ist, hört sie nicht auf, eine Person mit Verantwortung zu sein, wenn sie öffentlich ist. Das darf man schon kritisieren. Die Art und Weise, wie es Oliver Pocher gemacht hat, ist halt ekelhaft. Ihre Vergangenheit-Docs, also so viel wie man die Mütter auch kritisieren kann, dass sie eben ihre Kinder in die Kamera halten, hätte man glaube ich darauf kommen können, dass auch für die Kinder eine scheiß Idee ist, das zu tun. Und ja, Freunde, das ist all in all Oliver Pocher. Als Deckmantel der Comedy, Leute aktiv zu mobben, ist absoluter Loser-Shit. Dann, das noch aktiv zu benutzen, um seine Tour zu promoten, um Profit rauszuschlagen, es als sein Main-Content zu machen, andere Leute einfach zu demütigen, dass Mütter vor der Kamera einfach heulend Storys machen, indem sie sagen, dass es sie geisteskrank belastet, dass sie einfach nicht mehr können, ist einfach nur peinlich und geisteskrank widerwärtig. Dazu, wie gesagt, Jokes zu machen, die mal verletzen, die mal anecken. Ey, das kann passieren, das ist halt Comedy, das gehört halt zu. Aber das ist hier halt eben nicht der Fall. Hier ist es einfach nur absolut böswilliges Draufhauen und Mobbing. Vor allem, wenn man einem Oliver Pocher sagt, hey, es geht zu weit, hör bitte auf damit, macht er einfach das daraus. Ja, das ist Mobbing, was da macht, das ist Mobbing, was da macht. So oft hört man davon, dass auch Kinder aufgrund von Mobbing einfach nicht mehr können. Mobbing und Gewalt unter Jugendlichen. Ein immer größeres Problem. Und nicht nur im realen Leben, sondern auch im Inhalt, so wie Oliver Pochers macht, ist Mobbing ein fucking großes Problem. Bei Cybermobbing im Netz sind die Zahlen zwischen 2017 und 2022 um 4 Prozentpunkte gestiegen. Mit heftigen Folgen. 29 Prozent der Mobbing-Opfer fühlen sich noch immer sehr stark belastet. 24 Prozent, also jedes vierte Opfer, hatte schon einmal Suizidgedanken. Und bei manchen bleibt es halt eben nicht nur beim Gedanken, sondern die Sache belastet sie so sehr, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Doch Luca zieht sich immer mehr zurück. Anfang Januar nimmt er sich das Leben. Das sind die Konsequenzen von Oliver Pochers Kunst. Etwas normalisieren und legitimieren, was niemals auch nur ansatzweise okay ist. Und es wäre ja auch nichts Neues, dass sich eine Influencerin aufgrund von Cybermobbing umbringt. Also wie gesagt, ich kann Oliver Pocher überhaupt nicht leiden. Der ist ein richtig ekelhafter, ein ekelhafter Und er hat auch wiederholt Mobbing betrieben innerhalb dieses Formats. Aber einfach so pauschal zu sagen, dass, und da lief ja davor der Beitrag über einen Jungen, der sich umgebracht hat, das ist das Ergebnis von seinem Mobbing. Das ist kontraproduktiv. Das ist too much. Das ist nicht schlau. Da liefert er Oliver Pocher dann auch viel zu leicht ein Argument, um das von sich zu weisen. Weil natürlich ist Oliver Pocher nicht verantwortlich dafür, wenn diese Person sich umbringt. Erinnert ihr euch noch an den Fall Lenard, das Model, die Influencerin? Sie hat krasses Cybermobbing erfahren, konnte nicht mehr, hat das nicht mehr handeln können und hat sich das Leben genommen. Und das, was Lenard wieder erfahren ist und das, was Oliver Pocher macht, hat fucking Parallelen. Der Tagesspiegel berichtet, Lenard ist tot. Das Geschäft mit der Demütigen hat eine lange Tradition. Der Tod von Lenard entfacht eine neue Debatte über Cybermobbing und die Rolle des Boulevards. Frauen öffentlich zu beschämen, hat eine lange Tradition. Und was macht Oliver Pocher? Heute knallt es richtig. Ja, alle Wünsche, es geht um dich und danach wirst du dir wünschen, dass es dieses Video nie gegeben hätte. Ich mache euch alle tot. Wenn es der Virus nicht macht, dann mache ich es. Ich liebe es, dich fertig zu machen. Und auch im Fall Pocher wurde das Auto der Gegenseite mit Lack beschmiert und auch Beleidigungen sind im echten Leben gefallen. Alles Dinge, die Menschen unfassbar fettig machen können. Und wie im unproblematischen Podcast besprochen, muss es doch nicht erst wieder dazu kommen, dass irgendwer sich umbringt, dass sich was ändert. Und ich finde es grausam, dass erst so etwas Schreckliches passieren muss. Ja, das ist wie Cybermobbing. Ja. Erst wenn sich ein Influencer dann umgebracht hat, dann sind die Profilbilder schwarz. Ja, genau. Es sollte sich vorher was ändern und nicht erst wieder ins Worst-Case-Szenario laufen, damit die Leute mal irgendwie umdenken. Und ganz kurz, es ist nicht so, wie Lio er sagt, dass man mit so einer Hetzjagd, dass man mit solchen Kommentaren, dass man damit umgehen muss. Nee, das hast du, denke ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, jeder Influencer, jeder Content-Creator, jeder Mensch mit Reichweite kennt diese Nachrichten zugute. Und wenn das jetzt mal durch dich ein bisschen mehr geworden ist, dann wird man auch damit umgehen lernen zu müssen. Kompletter Bullshit. Durch so etwas muss niemand durch. Niemand muss sich dumm beleidigen oder bedrohen lassen. Und jeder, fucking jeder, egal was für eine dumme Scheiße er gemacht hat, hat das Recht zu sagen, Leute, das geht mir gerade psychisch zu nah. Leute, ich kann nicht mehr. Leute, das ist zu viel für meine Psyche. Es macht mich psychisch zu doll fertig. Und fucking, jeder Kritiker hat sich P-S-Y-C-H-I-S-C-H psychisch daran zu halten und die Psyche des anderen zu respektieren. P-S-Y-C-H-I-S-C-H psychisch und das ist das, was wir wieder mehr lernen müssen. Aber random Gebäsche gegen wen auch immer ist absolut nutzlos und wir sind besser. Deswegen lasst uns zusammen versuchen, besser zu sein und absolut dummes Fertigmachen von Personen nicht mehr zu unterstützen. Und an dich Olli, du bist da hinten natürlich in meinem Podcast eingeladen. Komm gerne vorbei und wir quatschen ein bisschen drüber. Schreib einfach eine Mail und falls Olli sich traut und wir im Podcast da hinten sitzen und die es nicht verpassen wollt, abonniert gerne rein. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare. Ich bin jetzt raus. Tschau. Olli Pocher, ja, das ist nur eine miese Kühne. Harald hat so schön gesagt, kleine miese Typen. Ja, also ich mag Olli Pocher auch nicht. Ich finde auch, dass er ein ekelhafter ist. Deswegen ist die Kritik in dem Video von TJ größtenteils natürlich berechtigt. Aber, ja, ich finde, er ist immer wieder übers Ziel hinausgeschossen, hat zu sehr pauschalisiert und damit nicht differenziert zwischen einfachem Bashing oder berechtigter Kritik. Und mitten in der Pandemie als Influencer offen gegen Regeln zu verstoßen, ist einfach verantwortungslos gewesen und das durfte man kritisieren. So, deswegen, das hätte er nicht auf diese Art und Weise verallgemeinern sollen. Das liefert Pocher bloß Material, um sich dann halt darauf zu beziehen und das dann zu widerlegen oder abzustreiten, um zu vermeiden, auf die Kernkritikpunkte einzugehen. Genauso wie, dass dieser Junge sich umgebracht hätte wegen dem Ding, wegen dem, was Pocher tut oder so. Das sind halt Sachen, die blöd formuliert sind, sag ich jetzt mal. So viel dazu.